Und damit jetzt willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir machen uns auf den Weg zum Lager der, ich habe vergessen wie die, der Bande. Ich war gerade nur bei Bands of Brothers. Ich weiß aber gerade gar nicht wie die im Englischen heißen. Also im Deutschen ist es ja mit einer Bande im Bunde. Bands of Bastards ist es, ne? Genau, nicht Bands of Brothers, aber wahrscheinlich daran angelehnt. Sehr wahrscheinlich. Genau, wir haben ja beim letzten Mal am Fluss dahinten in der Sasa gekämpft. Wir haben fast ersoffen und haben für uns festgestellt, Juckle ist ein Verräter. Den Weg gehe ich noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich denke nicht, dass Juckle ein Verräter ist. Begib dich zum Lager. Die Buben sind auch schon da. Jetzt möchte der nächste Bärmann den Ring richtig. Servus, Peter. Und wie geht's? Ich dachte mir, du kannst mir vielleicht helfen. Hat es etwas mit dem Ring zu tun, den ich deinem Bruder gegeben habe? Ha, woher weißt du das? Führen wir es einfach auf meinen scharfen Verstand zurück. Und? Wirst du ihn für mich beschaffen? Ich selbst krieg's nicht hin. Der Hand denkt, ich will ihn stehlen, dieser misstrauische Bastard. Warum eigentlich nicht? Sehr schön. Am besten du stielst ihn einfach. Ach, mich lässt er nie aus den Augen. Aber dich? Okay, ich soll ihn klauen. Kann ich ihn nicht einfach... Kurz Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Ich musste gar noch kurz nach dem Mikrofon gucken, aber passt alles. Äh, wo ist denn der andere? Bastard. Du bist Petra, ne? Genau. Okay. Da ist er. Servus. Jan, hier haben wir den Ring wieder. Ich will den Ring zurück. Der war gut. Den Ring will er. Ich meine es ernst. Schön und gut. Aber du kriegst den nicht. Kämpfen wir doch um den Ring. Was meinst du? Mir ist nicht nach Kämpfen zumute. Außerdem freue ich mich schon drauf, Kuh nur jeden Groschen wegzusaufen. Und mehr. Hm. Ich möchte ihn nicht beleidigen. So wichtig ist mir der Ring nicht. Ja, sicher. Mach dir nichts draus. Ich will ihn nicht beleidigen. Beleidigen ist so gemein. Ich beklau ihn einfach in der Nacht. Den was? Den Witz, du Tölpel. Ich meinte, ob du den Witz... Ich beklau ihn einfach in der Nacht. Ich wollte ja jetzt eh eine Runde schlafen, weil ich nur noch 58 Energie habe. 72 Satt, also ich kann mal wieder was essen. Aber hier ist nichts. Das ist schon mal nicht so gut. Ah, hier. Perfekt. So. Dann hocken wir uns doch mal eine Runde hin und schlafen einen Augenblick. Ja, nein, tun sie nicht. Ich schlafe erst mal eine Runde. Und wenn die ins Bett gehen, dann lerne ich vielleicht einen Augenblick. Ähm. Hallo? Ähm. Das war gerade so auf Wengen verbuggt. Ich hab nichts gedrückt, ne? Ich glaube, irgendwie kann ich hier im Lager nicht gut schlafen. Kann das? Kann ich hier irgendwo schlafen? Hier kann ich auch schlafen. Dann schlafen wir mal hier. Okay. Irgendwie funktioniert Schlafen im Lager nicht. Was kann ich hier eigentlich tun? Warum haltet ihr mich vom Schlafen ab, Alter? Ja, komm hier. Loben. Füttern. Jetzt lass mich hier schlafen. Mann! Ich kann ja nicht schlafen. Also, wenn man eine neue Stufe erreicht. Kurz mal nachgucken. Oh, wir haben auch eine neue Stärke. Ehre. Ich glaube, es ist mir beides egal, ne? Umklammerung 40%. Verursachen wir Schaden, brauchen wir auch mehr. Den ganzen Tag, okay. Ne, wir machen uns das hier. Gut. Kampf. Haben wir auch ein neues. Raserei. Je schwerer du verwundet bist, desto schwerer sind deine Angriffe. Oh, blutende Wunde ist auch gut. Ununterbrochen. Ja, das mach ich eh nicht. Das ist auch cool. Weil die sind eigentlich immer in der Überzahl. Ach Gott, Alchemie haben wir auch, okay. Haltbar. Heiltränke erhöhen sich um 50%, aber berauschen dich auch. Okay. Gift auf einer Klinge hätte ich gerne. Nice. Und dann noch Hundeflüsterer. So. Jagdwild, Hasenjagen, Fass und Spürnase. Ich hätte kein Fass tatsächlich. Können wir endlich mal dem Köder sagen, greif an. Lass mich doch jetzt hier bitte schlafen. Funktioniert das jetzt oder auch nicht? Nö, funktioniert nicht. Ich darf hier nicht schlafen. Dafür ist es jetzt wieder verbuggt. Ich darf hier echt nicht schlafen. Das ist doch kacke. Oh, Alter. Gut. Das heißt, ich kann hier nicht schlafen. Das heißt, ich muss warten tatsächlich. Das muss nicht funktionieren, weil der hier gerade eben war. Okay. Eventuell funktioniert es jetzt doch. Keine Ahnung. Ich habe hier nichts anders gemacht eigentlich. Egal. Vielleicht hat der Stein jetzt gerade ein bisschen verbuggt, weil er ja nicht reden kann. Ist das dein Bett? Geht eigentlich. Auf zu heulen. Sing woanders weiter, meine Güte, ey. Ich gehe nicht mehr auf Eier. Darf ich hier schlafen? Nein. Verpiss dich. Kurze Realitätsüberprüfung, ne? Nur die Geräusche. Gut. Ich setze uns mal und lesen eine Runde. Ach so, das ist übrigens nicht so, dass ich möchte, dass das alles ewig dauert, ne? Ich wäre gerne fertig. Geht aber nicht. So, wir haben das Leben im Wirtshaus. Das dürften wir schon gelesen haben, ne? Ja. Dann kann das ja schon mal in Gaul zumindest. Dann haben wir noch Gräser und Kreuzer, das haben wir auch gelesen. Dann haben wir noch Messer Schaf. Das dürften wir ja lesen können, oder? Vielleicht. Mythen der Rhetorik können wir wahrscheinlich noch nicht lesen. Haben wir aber schon gelesen. Lesen wir mal ein paar Stunden. Ich habe zwar immer noch recht wenig Energie, aber immerhin mal ein bisschen geschlafen. Das ist ein Quatsch, ey. Ich verstehe nicht, warum in so einem Lager da nicht ein Schlafplatz für uns ist. Das leuchtet mir nicht ein. Wir müssen den Buben ja jetzt ausrauben. Dafür habe ich einen Plan. Der ist nicht klug, aber ich habe einen Plan. Also, wir können ihn selbstverständlich beklauen, während er einfach schläft. Stepan, warum schläfst du hier? Das ist Petre. Petre wollen wir gar nicht. Das ist Baumler. Wir müssen mal kurz rausfinden, wo er schläft. Das hier dürfte er sein. Jan. Und er schläft neben dem Stein. Ich würde ihn eigentlich gerne umhauen, bin ich ehrlich. Das wird natürlich aber Folgen haben, wenn wir erwischt werden. Deshalb speichere ich jetzt mal. Weil ich möchte die Folgen nicht erleben. So, ist hier ein Bettchen frei. Hallo, ich laufe hier irgendwie ruhigst gegen. Gib Petre Bärmann den Ring. Kriegt er? Ich kann hier schlafen. Kann ich hier auch wirklich schlafen oder darf ich nicht? Na, doch, ich darf sogar. Ehre. Gucken wir mal, wie lange. Dann haben wir dieses Mal nur 10 Minuten gebraucht, um den Ring da wieder rauszuluchsen. Lange genug, würde ich sagen. 30% Komfort ist natürlich auch nicht so viel, ey. Ja, wir haben immerhin wieder knapp 90 Energie. Und jetzt auch nicht so viel Hunger. Dementsprechend passt das alles noch ganz gut. Mist, wo ist der Ring hin? Jemand hat ihn mir gestohlen. Und was zum Teufel ist das? Ich habe einen Chief mit erhalten. Sekunde. Du bist nicht der Einzige, der das Spiel um den Ring des Bacchus spielt. Also sei auf der Hut. Wie gewonnen, so zerronnen. Rätselhaftes Gedicht Ich schließe all jene in die Arme, die sich meiner befleißigen. Wer ohne mich durchs Leben geht, stürzt allzu leicht vom hohen Ross. Wer mich in seinem Herzen trägt, wird immer zufrieden sein. Denn ob schon man durch meine kleine Größe erlangt, ist man doch über alles erhaben. Okay, Bruder. Ich trau wenigen Leuten aus dem Lager hier überhaupt zuzuschreiben, aber... Haben wir jetzt eine Aufgabe? Ich habe keine Aufgabe, ne? Ist der Ring jetzt einfach weg? Okay, teilweise sind die Leute auf jeden Fall wieder wach. Hallo, Jan. Hm. Ja, ne, okay. Ihn frage ich nicht, wer mir den Ring gestohlen hat, weil dann wüsste er, dass ich den Ring von ihm habe. Äh, hallo Stein. Ich konnte noch nie mit dir reden. Wieso kann ich jetzt mit dir reden? Hm. Ich will jetzt nicht einfach mit jedem darüber sprechen. Also, ich kann mit dem Stein noch nicht sprechen. Der kann nicht sprechen. Von dem kommt nur... Ich schnack erst mal mit den anderen. Servus, Herr Kuno. Äh, jemand hat mir den Ring gestohlen. Weißt du vielleicht etwas darüber? Was? Jemand hat dir den Ring stibitzt? Geschieht dir recht. Hm. Und der Dieb hat eine seltsame Nachricht hinterlassen. Vielleicht ein Rätsel. Der Dieb kann also schreiben. Wir alle können das. Weißt du nicht, dass wir alle aus dem Kloster abgehauen sind? War langweilig, dauernd Bücher abzuschreiben. Ha, 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 ha. Okay, von dir kommt also kein sinnvoller Input. Und warum solltest du mit dem Ring gestohlen haben? Na. Äh, Petra. Äh, jemand hat mir den Ring gestohlen. Weißt du vielleicht etwas darüber? Was? Jemand hat dir den Ring stibitzt? Ja, okay, sagst du nur das gleiche. Jemand, der schreiben kann. Hier. Bei uns. Warte mal. Du kannst schreiben. Ha, ha, ha. Okay, danke für überhaupt nichts. Ich kann übrigens nicht schreiben. Ich kann nur lesen. Ich wüsste nicht, dass wir schreiben können. So, Fieder und Baumler schlafen. Ja, dann muss ich wohl mal mit Jan darüber sprechen, war. Äh, warte mal. Du bist nicht der, mit dem ich sprechen wollte. Jan. Hör mal, ich hab den Ring geklaut, ne? Äh, he, 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 leider nein. He, 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 wirklich nicht. Hm, der Dieb hat ein... Schreiben? Einer von uns? Du machst wohl Witze. Okay, also er ist auch der Meinung, dass hier keiner schreiben kann. Fieder treuigt ist am ehesten zu. Baumler ist auch krasser Typ auf jeden Fall. Warum weckst du mich? Hau ab. Gut, ich schlafe nochmal ein Ründchen. Ich kann nicht schlafen. Wahrscheinlich will er hier gerade schlafen gehen. Ich geh mal da hinten schlafen, wo die eben geschlafen haben. Vielleicht nervt mich da keiner. Dann schlafen wir nochmal ein Stündchen oder zwei oder drei. Meine Fresse, ey. So, irgendwer hat mich geweckt, oder wat? Nö, aber die Zeit war noch nicht durch. Da ist Baumler, oder? Ja. Servus. Äh, hör mal. Äh, jemand hat mir den Ring gestohlen. Weißt du vielleicht etwas darüber? Selbst wenn ich wüsste, wer es war, würde ich es dir nicht sagen. Ist gegen die Regeln. Hahaha. Hm. Was? Jemand von uns kann schreiben? Das ist unglaublich. Okay, also er ist auch der Meinung, dass keiner von ihm schreiben kann. Dann fehlt mir nur noch Fieder. Und der schläft noch, der Penner. schläft ja eigentlich den ganzen Tag. Alter. Ah, Fieder steht auch, okay. Cool. Servus, Herr Fieder. Äh, was? Jemand hat ja den Ringstiebel? Hm. Was? Jemand von uns kann schreiben? Das ist unglaublich. Okay, also er kennt es auch nicht. Okay, das ist mir egal. Okay, die sagen im Endeffekt alle das gleiche, ne? Hm, okay. Also der Guno wird es nicht gewesen sein. Vieler traue ich das zu, auch vom Schreiben her. Aber glaube ich nicht so richtig dran. Hm, Baumlar weiß ich nicht ganz genau, was ich von dem halten soll. Jan wohl nicht. Der würde ja kaum gewusst haben, als ich ihm den gestohlen habe. Petra könnte es gewusst haben. Ich habe noch nicht mit dem Stein gesprochen. Ich würde gerne noch mal mit dem Stein sprechen. Also der kann ja theoretisch nicht schreiben. Äh, nicht sprechen. Aber schreiben kann, also theoretisch kann ja keiner schreiben, ne? Jemand hat mir den Ring gestohlen. Hast du vielleicht eine Idee, wer es war? Mhm. Dass du es? Mhm. Wirst du ihn mir zurückgeben? Mhm. Ah, lass mich raten. Du willst, dass ich das Rätsel auf dem Blatt Papier löse? Mhm. Na, die Wette gilt. Geduld, Weisheit, Demut, Leidenschaft, Liebe, Redlichkeit, Schöpfertum, Pein. Äh. Wo hast du Lesen und Schreiben gelernt? Während die anderen nicht so ungebildet, könntet ihr euch verständigen? Ah, auch wieder wahr. So hast du deine Ruhe. Mhm. Zurück zu dem Rätsel. Ja. Ich verstehe das Rätsel nicht. Gucken wir uns das Rätsel nochmal an, ja? Ich muss auch gleich nochmal schnell weg. Ich schließe all jene in die Arme, die sich meiner befleißen. Ich mach mal einen Screenshot und mach es am zweiten Bildschirm offen. Ich kann keinen Screenshot machen, weil er dann aus dem Spiel tappt. Gut. Ich mach mal eben. Kann ich einfach, äh... Nee, okay. Dann mach ich ja mal ein Foto mit dem Handy. So professionell so. Weißt du, auch professionell angelehnt. Okay, pass auf. Äh, ey, nicht weglaufen! Das ist echt gut. Das ist ein Spaßvogel. Ähm. Hallo, ich möchte nochmal mit dir sprechen. Ich hab jetzt nicht mal mehr die Option, mit ihm zu sprechen. Ist das richtig? Vielleicht, weil er gerade irgendwo hingeht? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die Quest schon verkackt hab. Hm. Ich lade mal. Passt ungefähr. Das war, bevor ich den Typen ausgenockt hab, ne? Also theoretisch hab ich jetzt das Achievement und müsste das nicht nochmal machen. Aber ich werd's selbstverständlich nochmal machen. Äh, ich wollte so machen. So, und dann werde ich gleich mal länger schlafen. Ich wollte jetzt theoretisch nicht mit allen sprechen. Hm, weil mir die eigentlich egal sind. Ah, ich möchte die Quest eigentlich machen. Also bin ich ganz ehrlich. Die ist ja mega witzig. Ich hätte erwartet, dass ich das Rätsel halt noch lösen kann, nachdem ich einmal weggegangen bin. Weil ich mir so überhaupt nicht nochmal das Rätsel angucken konnte. Ja, okay. Ich werd jetzt nicht noch mit allen drüber sprechen, ne? Wir wissen ja jetzt, dass der Stein ihn hat. Steinchen! Hallo! Nee? Danke. Okay, gut. Ich denke jetzt mal kurz drüber nach und muss auch mal kurz weg. Ich würd's sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo da rein und bis dahin. Tschüss!